Das Trainingsmodul von 3D-Skillboard. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt es dran. Herzlich willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Heute schauen wir uns das Trainingsmodul von 3D-Skillboard an. 3D-Skillboard habe ich eh schon mal ein Video dazu gemacht, verlinkt es euch irgendwo oben unten. Ist eben diese App zum Mitschreiben beim Bogenschießen bzw. lässt sich auch von Turnierveranstalter und Parcoursbetreiber für die Turnier- und Parcoursverwaltung verwenden. Und eh schon seit längerer Zeit gibt es eben dieses Trainingsmodul. Wanns ihr geht auf Skillboard, auf dem PC, auf Premium, seht ihr eben diese drei Pakete, die es gibt. Das Free-Paket, wo man eben nur mitschreiben kann quasi. Dann eben das Premium-Paket, wo ihr mehr Statistiken drinnen habt, die 3D-Tierbilder etc. Und dann eben das Trainings-Paket, wo ihr eben das Trainingstagebuch, Trainingsgruppen, Zielcharakteristik und Trefferbildanalyse zusätzlich verwenden könnt. So, wie funktioniert das jetzt? Wenn ihr die Premium-Version genommen habt, eben das Trainingsmodul, könnt ihr dann einfach eingeben, auf Training gehen. Dann könnt ihr auswählen, ob ihr 3D-Training oder Indoor-Training oder was auch immer ihr wollt, ihr seht das eh eingeblendet, nehmt. Und dann seid ihr eben im Trainingsmodul. Und das Schöne ist, ihr könnt beim Trainingsmodul, jetzt beim 3D-Schießen, wirklich eingeben, diese verschiedenen Parameter. Also ihr seht das eh eingeblendet, wie ist der Stand, wie ist die Entfernung, wie ist der Schusswinkel. Und ihr könnt natürlich auch eigene Text dazugeben, ganz unten. Und dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, Gegenlicht oder was auch immer für Schusssituationen sind. Das halt immer hinzufügen bei einem Ziel. So, und das Ganze könnt ihr dann am Anfang Trefferbild eben filtern. Und schauen wir es euch aber eh noch an, seht ihr dann vielleicht, ob ihr bei bestimmten Parameterabweichungen nach rechts, links, oben, unten öfter habt, als bei anderen Parameter. Und wenn ihr dann eben gehts auf mein Training bei Skillboard, seht ihr eben zum einen diesen Trainingskalender, wo ihr so die Übersicht habt, wo ihr schießen wollt die letzten Tage. Wo ihr eben auch dann die Statistik euch anschauen könnt, wie viel Pfeile ihr geschossen habt, beziehungsweise wie lange ihr geschossen habt. So, und dann könnt ihr eben auch auf diese Trefferbild-Anzeige gehen am PC, da könnt ihr dann eingeben eben bei Filter für Events. Eben dieses Trainingsmodus, zum Beispiel Training 3D jetzt dann. Und unten könnt ihr dann eben diese Parameter filtern, könnt ihr euch anschauen, wie schaut es aus, zum Beispiel in einem gewissen Distanzbereich. Wie schaut das Trefferbild aus, bei einem gewissen Schusswinkel, bei einem gewissen Stand, Anhang, Zunhang, was auch immer. Und da könnt ihr eventuell ablesen, wo ihr halt noch Potenzial habt, irgendwas zu verbessern. Außerdem könnt ihr dann auch Trainingsteams erstellen. Habe ich bis jetzt nicht gemacht, ich muss ja immer auch nicht Bogenschießen gehen. Aber es ist auch noch eine Option, in der ihr drinnen habt. So, ihr seht, es ist also vor allem ein Tool für die Statistik, einfach für die Auswertung zum Training. Die Frage ist jetzt, ob es euch auszahlt, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ihr seht, der Preis ist schon ein bisschen höher. Man muss aber in den Zusammenhang natürlich auch immer bedenken, dass so eine App fürs Bogenschießen jetzt dann nicht so ist wie irgendeine Spiele-App, was ich halt jetzt dann weltweit quasi millionenfach verkaufe, sondern es ist eben ein Nischenprodukt. Und natürlich ist dann der Preis ein bisschen über dem, was andere Apps kosten. Ich habe es mir eben irgendwann so im Anfang des Jahres, Februar oder März oder so, bin eben von der quasi normalen Premium-Version auf die Trainings-Version umgestiegen. Vergiss aber ständig, dass ich es habe irgendwie und schreibe dann einfach nur einmal mit. Von daher habe ich jetzt nicht allzu viele Treffer noch in dieser Auswertung drinnen. Ich habe bis jetzt mir irgendwie auch noch nicht die Zeit genommen, dass ich sage, okay, ich tue das wirklich genau mal anschauen, ob es irgendwo irgendwelche Abweichungen gibt in irgendeiner Richtung bei bestimmten Parametern. Ich habe aber jetzt natürlich die Möglichkeit dazu. Wie gesagt, ob es eines Wertes muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde es mir nächstes Jahr wahrscheinlich wieder nehmen. Ich weiß noch nicht genau, kommt eben darauf an, wie sehr ich das jetzt eben nutzen werde. Aber finde eben prinzipiell sehr praktisch dieses Trainingsmodul. Was ich gehört habe, kommt jetzt dann noch irgendwie eine Schissuhr, beziehungsweise ist für Apple schon verfügbar, wo man eben die Zeit eingeben kann, was man hat für die Schüsse und dann irgendein Signal kriegt oder so. Ich habe Android, da ist es noch nicht verfügbar. Könnt ihr euch aber dann auch einmal anschauen. Ist auch in einer von den zwei Premium-Versionen drinnen. Ich weiß jetzt auch nicht, in welcher. Egal, kennt ihr dann eh aus auf der Webseite. Nachschauen. Wie gesagt, falls ihr das Skillboard überhaupt noch nicht kennt zum Mitschreiben, schaut euch das andere Video an. Da geht es eben auf 3D-Turnier.com oder landet euch einfach die App runter. Und ihr werdet sehen, ist ein recht praktisches Tool. Auch wenn man jetzt dann nicht dieses Trainingsmodul nimmt, sondern einfach nur die normale Premium-Version bringt das schon viel, weil man eben diese Trefferbild-Eingabe hat und dann zumindest schauen kann, ob man im Gesamten irgendwie stark in eine Richtung streut und sich dann eben überlegen kann, okay, was in meiner Technik führt zu dieser Abweichung oder vielleicht im Material führt zu dieser Abweichung. Gut, das war's schon wieder. Wie gesagt, schaut es euch einfach an. Ich finde es sehr spannend. Mir taugt es. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch schon wieder allen ins Gold, allen ins Glatt. Biert euch, macht es gut. Bis bald. Biert euch, macht es gut.